Leute, was geht ab? Wie ihr mit sich auf meinem Instagram-Channel mitbekommen habt, trainiere ich Regiele Hicks. Ich bereite sie vor für den 25.11. Da wird sie einen Boxkampf bestreiten. Sie wird Tina Neumann besiegen. Wir sind voll im Training und sie macht Sparring heute mit einer Profiboxerin, Carlotta Berlin, heute bei uns aus Neuwied zu Gast. Leute, viel Spaß beim Zuschauen! Mo, ist das dein erster YouTuber bzw. YouTuber, den du verlierst? Also was eine Wettkampfvorbereitung angeht, ist es definitiv das erste Mal. Bei mir haben schon in der Vergangenheit YouTuber und YouTuberinnen einen Personal-Training-Anspruch genommen, aber auf einem Kampf jemanden vorbereiten, YouTuber oder YouTuberin, ist es tatsächlich das erste Mal. Ist das kein Unterschied zu den Profis? Ja, selbstverständlich. Die fangen wirklich bei Null auf an. Regina kam also, die hat in der Vergangenheit noch nie geboxt, hat sich der Challenge gestellt. Finde ich richtig fett so, dass man auch irgendwo dieses Restrisiko eingeht. Im Boxkampf streiten, unter Tausenden von Zuschauern, und das hat man in der Vergangenheit nie gemacht. So mein Respekt. Wo wird gegen wen wird Regina kämpfen? Regina wird am 25.11. in Düsseldorf in den Ring steigen gegen Tina Neumann. Das Mädel ist aus Österreich. Und Regina ist gut vorbereitet. Tina kann kommen. Auf. Mann, der Fuß auch mit rein drehen, ne? Genau. Nicht zu rein rücken, ne? Führen, führen. Jawohl, genau, genau. Bitte einfach nur hier rein drehen. Hopp, ne? Genau, genau. Als würdet ihr die Rechte gerade schlagen, ne? Ihr platziert, ne? Und bäppst, ne? Hier. Jawohl. Nicht runter gehen. Da, wo du willst drehen. Warum gehst du runter? Okay. Hopp, hopp, hopp. Genau. Da, wo. Jawohl. Jawohl. Fuß auch gleich mit rein. Deine Rechte Kumpa ist da mit rein. Sehr gut, Regina. Jawohl. Gut, gut. Jawohl. Vom Kinn zum Kinn. Sehr gut. Ganz lang. Jawohl. Sehr gut. Kannst du den Ring nutzen. Komm hier mal rüber. Jawohl. Tag. Ne? Schön hier. Aus der Ringmitte. Ne? Jawohl. Stoßen. Jawohl. Immer schön stoßen. Tag. 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 Bo, bin mal Regina. Regina. Das war's nicht. Da sind wir ungefähr rum. Oh. Seid euch sicher, die wird mich hören. Nimm. Deckung hoch. Genau. Deckung hoch. Sehr gut. Rechts rum. Jawohl. Sehr schön. Und arbeite mit deiner Führungshand. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Rechte. Rechte bleibt dabei. Oben. Jawohl. 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 Nicht so geradlinig rein. Und wieder Ringmitte halten. Regina. Komm hier rüber. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Und Deckung hoch. Sehr schön. Geschlossene Deckung. Ja, ja. Super. Und Führungshand. Schön. Carlotta ist ein bisschen größer als du. Versuch den Körper mal, ne? Auch unten auch mal mit links runter gehen. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Gut. 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 Sehr schön. Deckung oben. Super. So. Deckung. Jawohl. Jawohl. Deckung weg. Nur mal im Gesicht. Ne? Jawohl. Deckung im Gesicht. Super. Machst du das mit rechts rum. Genau. Jawohl. Wieder vorne bleiben. Wieder vorne bleiben. Du machst den Kampf. Ja, du machst den Kampf. Und zur Seite slippen. Ne? Nicht geradlinig rein. Sehr schön. Und Jep. Wieder. Du antwortest. Jawohl. Denk dran, ne? Ja. Ganz frech sein. Ohne ungestümt zu sein, ne? Ja. Schön mit Köpfchen, ne? Nicht blind rein, ne? Da ist sie zu erfahren, die Carlotta. Und Jep. Wieder. Deine Linke. Sehr schön. Ja. Und versuch schneller die Linke. Super. Das war gut. Nice. Jawohl. Weiter geht's. Deckung oben. Deckung oben. Rechts rum. Sehr schön. Nicht direkt zurück. Ja, ja, ja. Super. Hoch die Deckung. Hoch die Deckung. Hoch die Deckung. Hände immer im Gesicht. Das ist die halbe Mitte. Jawohl. Genau. Und den Kopf zur Seite bewegen. Hopp, hopp. Jawohl. Geschlossen nach vorne. Die Hände nicht weg vom Kopf. Die Hände. Jawohl. Hände nicht weg vom Kopf. Super. Ne? Da musst du erst mal suchen, ne? Jawohl. Weiter geht's. Super, Regina. Weiter. Setz nach. Komm. Jawohl. Frech sein. Komm. Jawohl. Rechte öfter mitnehmen. Und Hände am Gesicht. Hände am Gesicht. Passiert nichts. Wunderbar. Wunderbar. Hände am Gesicht. Hör mal, Carlotta ist Profiboxerin. Hä? Das merkt man. Weiter geht's. Weiter geht's. Nicht zeigen. Pokerface. Nicht zeigen. Nicht zeigen. Komm. Zeit. Check Hands. Here we go. Runde 3. Let's go, ladies. Deckung oben. Super. Ruhig. Schauen. Jawohl. Hoch deine Hand. Hoch. Sehr schön, Regina. Super. Jawohl. Und rechts rum halten. Rechts rum gehen. Sehr gut. Jawohl. Super. Sehr schön. Jawohl. Geschlossene Deckung. Jawohl. Hände hoch am Gesicht. Sehr schön. Gut. 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 Hände am Gesicht. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Nicht zeigen. Nicht zeigen. Komm. Komm. Jawohl. Hände oben. Sehr schön. Gut. 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 Letzte Minute läuft schon. Super bisher. Ja, ja, ja. Und nicht wieder zurück. Jawohl. Bleib da. Ja. Und Hände hoch. Und jetzt wieder du mit deiner linken. Hopp. Jawohl. Wenn du nah dran bist. Ja. Sehr schön. Wollte ich gerade sagen. Versuch mal die Haken. Wenn du nah dran bist. Super. Super. Geschlossene Deckung. Genau. Geschlossene Deckung danach. Super. Meine Stimme nervt, ne? Und antworten. Antworten. Sehr schön. Super Kombination. Weiter geht's. Verflucht. Jawohl. Komm. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Halbe Minute läuft. Super. Weiter. Hände am Gesicht. Hände am Gesicht. Sehr schön. Gucken. Wo ist eine Lücke. Doch. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter. Weiter machen. Jawohl. Komm, Regina. Regina. Weiter. Komm. Weiter. Hast du gleich vorbei. Hast du gleich geschafft. Dann geht's. Weiter. Weiter. Sehr schön. Super. Zeit. Sehr schön. Super. Super. Vier Rücken gemacht. Im Gegenteil. Ich fand's sehr gut. Ich fand's stark. Also, Gina, du hast gegen eine Profiboxer angekriegt. Wie war's? Ja. Ich hab einen Nervenstammbruch bekommen. Ich hab angefangen zu rollen, wie man sieht. Es ist wirklich nicht ohne. Sie hat sich sehr zurückgehalten. Ich hab das sofort gemerkt. Und sie hat mir auch Chancen gegeben. Sie hat mit mir gesprochen. Und sie meinte auch so, Hände hoch. Ähm. Das werde ich von meiner Gegnerin nächste Woche nicht bekommen. Daher. Ja. Einiges an Arbeit wartet noch auf mich diese Woche. Willst du Tina zerstören? Auch wenn sie sehr im Vorteil ist, würde ich sagen, ja. Mo nennt mich nicht umsonst Maschine. Training dann. Session mit Regina Hicks. Ihr habt gesehen, ihre Boxkünste sind on top. Dauert nicht mehr lange bis zum Kampf. Wir freuen uns. Wir sind fit. Wir sind bereit. courtiert. S gaziert. Däuschen. Hier Marcel�� wird sich